Das ist ein GM. Äh, C5 Meister, das ist der Pterodaktyl. So, jetzt ist vielleicht C4 eine Idee. Also droht nichts wirklich, der Läufer schlägt C4. Aber sieht nett aus. So, jetzt ist es schon eine Idee, weil es matt droht. Ja, was ist ja der schlaueste Weg, um fortzusetzen? Aber nicht, dass es Dame schlägt, B2 ist. Das ist aber der hier. Ich habe da genug Material mehr. Und da geht es nicht weiter. Na erstmal das, weil da kann er nicht nach C abhauen, ohne Abzugsschach. Na, ich hab's wieder unnötig spannend, glaub ich, gemacht. Also nicht. E5, denk ich, wäre interessant gewesen für ihn. Ist ja fast matt. Ja, jetzt hat er wieder König F4. Erstmal ist Springer D3, H5 Springer, F4 Springer, G2 zum Beispiel. Wäre, denke ich, interessant gewesen.